Aus reichem Elternhaus sind in den Arsch gesteckt, ja, ist klar. Von Wege, das glaubt doch nur du. Reiche Elternhaus hier, da sieht man es doch gleich hier. Naja, das war, ach, das hasse ich ja hier. Wir wollen das hier rumlaube und dann rumballern und ach, so ätzend, ja. Und dann rüberlaube und ach, schwierig, schwierig. Da kommt sie schon angeflogen hier, weg da. Vor allem, wo war der, der die Pfeile schießt? Oh, jetzt kommt die Fledermaus zurück. Fledermaus? Boah, schön Kohle, Maria. Keine Ahnung, irgendwie. Naja, von dir hin zu schießen ist auch ein bisschen blöd, oder? Ne, ist doch schon viel besser. Ja, das schaffst du schon. Du sollst mich mehr auf mein Headset verlassen. Ich hör was von hinten und sie kommen sogar von hinten. So, dann komm mal runter. Soll ich auch's los, oder was? Joa. Würde schon so. Das war halt natürlich nicht so gut da drin, aber wie ging das nochmal? Ja, ausweich, da kriegst du halt Tastenkombination. Ja, ja, nee, ich mein, wo der Weg? Jetzt mach ich's auch hier mit links. Nee, ich kann nicht mal runterspringen. Warum? Jetzt. Okay. Ich fang an zu turnen. Yes, please. And you concentrate on the fish. Unser Crocodile. Hör auf, rumzuballern. Bittescheiße. Einmal kommt er noch. Ja. Vielleicht auch nochmal. Konzentrier dich. Ja, der kommt nochmal. Sehr gut. Jetzt kannst du rüber. Boah, geschafft. So, jetzt musst du irgendwas drücken. Hör auf. Genau, jetzt musst du es wieder zurück, aber du kannst hier herlaufen jetzt, oder? Ich hoffe. Warte mal, ja, hier ist so ein Torn verschlossen. Ich kann hier auf dich warten, oder? Ja, da kommt ja eh nichts mehr. Musik ist ja aus. Ist ja das Geile an dem Spiel, weißt du ja immer. Die Musik ist aus, passiert nichts. Entspannend, ne? Ja. Wie und jetzt? Wie komm ich denn jetzt? Hier rüber. Ja, ja. Wo bist du denn, ne? Ja, das ist deiner. Ja, ja. Ja, Stefan hier, oh Mann. Windig. Das ist spannend hier. Aber ihr habt auch schon länger nicht gespielt, oder? Weil COD-Videos gab es keine neuen. Ne, ne, da kam ja Weihnachten und dann ging es nicht mehr und das Wochenende hat sie frei. Ja, und dann haben wir halt gesagt, naja gut, behalten wir halt bei diesen 2-Wochen-Turnus. Ja, und dann haben wir jetzt halt gesagt, Sonntag in der Woche geht's wieder los. Ah ja. Ja, wenn ich auch erstmal in Dark Souls jetzt erstmal die Platin hab, dann nehm ich mir auch mehr Zeit für andere Sachen, weißt du. Das war jetzt einfach, das wollte ich jetzt einfach durchziehen, ja. Weil ich hab das Spiel jetzt 4-mal durchgespielt bis jetzt, ja. Um die Platin auch zu erreichen, ja. 4-Markt. Ja. Ja, oder ich bin im 4. Durchgang, sagen wir es mal so. Ingelhaft. Aber ich muss ja, also ich muss sowieso nochmal den Endboss machen, ja. Und, ne, eigentlich nicht, also, ne, also ich kann ihn jetzt auslassen. Also wenn die Platin gemacht ist, dann, dann wie gesagt, dann werde ich mir mal einen Plan aufstellen, was ich mir für Chars machen will, für PvP. Ja. Und da werde ich diesen Glitch da machen, ja, und werde mir die Jungs alle erstellen und dann passt das. Oh, Alter. Das Blöde ist natürlich, dass die Jungs hier, Alter. Ja. Dieser Trappelkopf hier. So, wie geht's denn jetzt nochmal weiter? Hier, hoch. Oh, oh. Da ist er. Nein, das war's. Da ist er, ja. Shit. Der war noch, jetzt, getrennt. Soll ich die Tode alle mit drinnen lassen? Ja, schon, oder? Ist ja lustiger anzugucken, oder? So, oh Gott, da sind sie wieder gescheitert, ja. Wie bei den, wie bei den, ähm, 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 Modern Warfare Videos, ne? Da hat doch echt einer, hat mir einen Kommentar reingeschrieben, auf mein, auf mein allererstes veröffentlichtes Video, weißt du, wo ich's grad gekauft hatte. Ja. Hat einer reingeschrieben, ähm, mir zuzugucken, ja, wäre ja so boring, ja. Ja, ich weiß nur, in some parts you are blind, I swear, in some parts you are blind, aber. Ja, ja, die, 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 die gab's ja auch, ja. Ne, und dann, und dann hab ich mir gedacht, hä, was, was, was labert der, ja? Ach, hier. Ja, von hinten, komm her. Ja, okay. Was, ich hab's doch gesprüht. Ne, du gehst so schnell hoch, wir müssen unten mal ein bisschen aufräumen. Ich will da durchrasche. Ja, der hat sich mein allererstes Video angeguckt, was ich damals hochgeladen hab, weißt du, als ich's grad gekriegt hatte, ja. Ja, und wo ich dann irgendwie auf normalen Modus irgendwie 23 Minuten für die erste Mission gebraucht hab, aber, und auch ein paar Sachen daneben gesetzt hab, ja. Ja, und dann hat er irgendwie reingeschrieben, äh, es wär ja sowas von boring, mir zuzugucken, ja, ich wär so schlecht, ja. Ja, und er, und er würde auf Veteran diese Mission, ja, locker flockig, ja, in, 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 in einer Viertelstunde schaffen, ja. Ja, und dann hab ich halt nur so geschrieben, ja, ja, du bist ja so geil, also, you are so awesome, ja. Du, ich hör dich voll abgehakt auf einmal. Warum? Irgendwas Veteran und... Ja, der, der hat dann so gesagt, ja, ich, ich schaff die erste Mission auf Veteran in 15 Minuten und... Er wär ja voll der Pro und was weiß ich, und da hab ich halt gemeint, ja, du bist, du bist der Beste, du bist so toll, ja. Ja, ich hab so gemeint, you are so awesome, ja. Ja, mein... Er meint, er meint, er meint, ne, 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 so toll wär er gar nicht, er wird einfach nur rennen, ja, und das geht dann schon. Komm mal zu mir wieder. Ich weiß auch nicht, wo ich hier... Ne, der Weg, der Weg, der Weg vorher, vorhin war schon richtig da hoch, nur, wo bist du denn? Ah, da, ja. Irgendwie da weit, ja. Ja, Gott. War nur auf einem kurzen Ausflug. Naja, auf... You are so awesome. Auf jeden Fall, auf jeden Fall hat er dann aber, muss er dann aber meine Videos mit dem Stefan gesehen haben, wo wir das Ding ja dann auf drei Sterne durchrocken, die Co-op-Mission, ja. Ja, und da, da hat er dann auf einmal seine Kommentare angefangen zu löschen, ja. Da dachte ich mir auch so, oh Mann, wie peinlich, ja. Also, das finde ich ja auch immer ist das Geilste, seine Kommentare zu löschen. Ja. Aber, ja, aber erst Kommentar ablasse, wie schlecht ich bin. Ne, da noch nicht lang, komm runter. Ja, das sind die Richtigen. Ah, ja. Ja, vor allem, ich meine, ich lade den Kram nicht hoch, ja, um irgendjemandem was zu beweisen oder so, ja, weißt du? Ja. Ja, oder zu zeigen hier, was ich für ein toller Hengst bin, wie toll ich das zocken kann, ja. Das ist für mich just for fun, ja, und fertig, ja. Und weil ich mit euch auch zocke, und gut ist, ja. Ja, richtig. Ja, und wenn dann so Leute ankommen, so, ey, du bist so schlecht, was hast denn da hochgeladen, ja. Ja, weißt du, da könnte ich immer so, oh Mann, ja. Wen interessiert denn das, ja. Warte mal, ich komme auch rüber. Hier kommt ja der erste Futzl. Mhm. Ja, aber wie gesagt, dann muss er wohl die richtigen Runs gesehen haben, und dann, ja, dann war er auf einmal still. Naja, die Kiddies halt, ne. So. Ja. Achso. Kommt, tut er ja, wenn ich die Tür aktiviere, hier, ne. Ah, ich hab's schon das reden. I do this mission on vet in 15 minutes. Ja, weißt du. On vet? Ja, 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 halt Veteran. Und, schon tot? Äh, hallo? Achso. Ne, nimm mal die Magnum. Jetzt halt dir net alles die Auge zu, komm rein. Na bitte, Checkpoint, ab. Boah, der hat aber ordentlich gefressen, ja. Der hat ordentlich. Wie kann so nicht das Schlangenarmband da liegen, das? Brauche ich net, ja. So, jetzt müssen wir hier hin und hoch, komm mit. Warum so eine Gumi überhaupt Schlangenarmbänder trägt, das ist mal, ja. Hä? Achso, ah. Ah, der Junge. Mensch, du kennst ja, du weißt ja gar nichts mehr von den Leveln, ja. Dieses hier konnte ich mir auch nie merken. Diese verwogenen Strukturen hier. Oh Gott, da würdest du ja in Dark Souls ja völlig abkacken, ja. Jo. Soll ich rüber gehen, oder? Ne, egal, kannst du machen, ja. Ja, ich geh mal. Und, kommt der Freak nochmal? Von rechts. Von hier runter, irgendwie. Ne, ne, von rechts kommt er jetzt. Da ist er. Ja, genau. Ich glaube, er liegt. Ne? Äh, ich glaube, der ist tot. Kannst rüber kommen. Äh. Achso, ich guck das. Die Viecher ist nochmal. Oder ist er nicht tot? Ich weiß nicht, die Mucke läuft noch, ne? Ja, da werden noch irgendwo anders Leute sein. Ne, doch, der lebt noch, warte mal. Aber jetzt ist er tot. Geil. Ja, man hört sich noch die Kettensäge. Ja, ja. Ja gut, die läuft ein bisschen nach. So, jump down. Und jetzt hier rüber. Äh, das war scheiße. Ja. Halt. Zurück. Ja. Was du für ein Scheiß gelabert hast, ey, grad. A stupid action on Gloomod. Bist bescheuert, oder was? Was in Englisch, ja? Oh man, oh man. Ja. Das war ein gutes Englisch. Ja. Ne blöde Aktion von Gloomod. Ich glaube, sowas gibt es nicht in Englisch. Oh. So. Hat er abhängen. Englisch ist perfekt. Ja. Das glaubst du auch noch du. Ich will mal nicht rein in Englisch. Das muss reiche, ja. Na guck, jetzt ist die Jenny's wieder in der Rolle drin, ja. Und jetzt macht sie da drin rum und freut sich, ja. Ist voll geil. Und Jasper gab es nicht zu Weihnachten. Ne. Woll. Oh, jetzt kommt der Scheiß. Das ist doch lachhaft. Oh ja, lachhaft. Drück, drück. Ja, du stehst nicht neben dir. Ja. Als ob ich mich jetzt... Ich hab auch eben nur rum. Ja, ich bin da stehen geblieben, wo ich vorher auch war. Drück. Guckt ihr die kleine Schnucki an hier. Jetzt probiert ihr wieder auszubrechen da, ja. Ja, die guckt sich jetzt gerade die Kettlebell an und denkt sich, ob ich die zwölf Kilo mal wegschieben könnte. Ja, siehste? Siehste? Oh no, One-Hit. Mann, du bist so schlecht, ja. Ja, komm, ich wollte dich vorhin sicher und tot bewahren. Ja. Ist dir nicht gelungen. Ich habe mich geopfert. Ja, das ist der Dank dafür. Ey, ich schieß den hier jetzt auch mal ein, denn das kann ich verdarfen. Ja, shit, Mensch. Das war's. Genau, oh, sehr schön geflickt. Cool, ich kann in deinen Loveguard gucken. Echt? Hilf mal. Na, das ist toll. Ja, ich konnte ganz tief reingucken. Da sind sogar Patronen drin. Die müsste ich doch in meinen auch gucken können, oder? Oder? Hier, bei mir. Ja, ich seh's, ja. Aber schieß mal lieber die Leute platt. Ja, ist langweilig hier. Komm ja nicht. Ja, bis da wieder ein One-Hit kommt. Ein One-Hit-Wonder. Ja, ich muss ja nur die Dragu und auch, nee, ach nee, die Hydra nehmen. Da muss man nicht enden für. Alter, passt auch. Oh, zwei Fett-Venster hinter mir. Okay. Na, bitte. Geh mal direkt rein, oder? Und die Arometer, move! Ja. Und ab! Und ab! Ich bin glücklich, wenn man einfach ohne ihn abhauen könnte. Ja! So, chill, chill, Meister! Oh, halt! Äh, wo ging's lang? Hier lang. Äh, ja. Alter Schwede, hier steht ja richtig was rum. Wo geht er die Treppe hier mit seinem fetten Arsch da? Weg da! Oh, ja! Warum lasst ihr denn die Hälfte hier liegen? Für mich, oder was? Was denn liegen? Na hier! Jungs! Mädels und Jungs! Ich denke mal einen Gruß da oben. Ja, danke! Ja, danke! Kann ich jetzt nicht wieder Kettensägen machen? Na, da hinten ist er doch. Äh, geht's? Boah, von der drübe bis ich auch. Boah, das war ein Headshot mit der Rakete. Ach so, wie geil. Ey, der lebt noch. Ich glaub's nicht. Ja, gut, so eine Rakete im Kopf, das ist nicht so schlimm. Nicht? Nichts, der Kettensäge. Na bitte. Bing! Hör durch, oder? Jo. Kommt jetzt mal der Boss. Was kommt denn hier nochmal für ein Boss? Hier gab's einen Boss. Echt? Boah, hier unten ist es auch hart. Pass auf. Wie du gleich stehen bleibst, ist so geil. Echt? So, huh? Na, hier ist nichts hart. Was schlagerst du? Was schlagerst du? Wolltest du nur vorrennen? Mhm. Blöder, wie schaass. Tilly. Ich werde jetzt eben nochmal sehen. Oh, nee. Das war doch easy. Easy peasy. Oh, das war doch, die Hunde irgendwas aktiviere, zurückrenne, fertig. Ja. Ich lass dich die Arbeit machen. Was muss man denn machen? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich muss aktivieren. Achso. Aktiviere und ab. Du hast doch gerade gesagt. Ja. Genau. Okay. Oh ja. Einfach durchrennen, glaube ich. Oh, das lässt mir auch mal was rüber. Einfach rüberrennen. Oh, das ist aber in der einfachen Version. Oh, das ist auch in der einfachen Version. Mach hin. Oh, sehr gut. Schön. Schön durchs Dynamit Feld gerannt hier. Oh. Oh. Up in the boat. Up in the boat. Bootsmann. Bootsmann. Oh, nee. Jetzt fahren wir Boote und müssen doch da abknallen und so. Ja, das ist doch easy. Easy peasy. Das ist doch alles easy. Chapter 3 2. Oh ja, gut. Schön, immer so lang. Nächsten Donnerstag haben wir das durch. Ja, das denke ich auch. Ja, das denke ich auch. Okay.